Geht Sonnencreme eigentlich auch plastikfrei? Und natürlich? Ich habe ein Produkt ausgetestet, das ich von der lieben Sarah geschenkt bekommen habe, was in einem Aluminiumdöschen daherkommt und eine dicke, fette Paste ist. Und wie ich mit diesem Produkt zurechtgekommen bin, einen ersten Eindruck schenke ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal, die Kleine Coco. Und ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Thema Natürlichkeit, Sonnenschutz, eben was man alles für seine Haut tun kann, eben aber auch Nachhaltigkeit. Und da ist dieses Produkt hier eigentlich, ich sage eigentlich ganz interessant. Deswegen hatte ich das auf meiner Wunschliste bei Amazon drauf. Ich werde dir dieses Produkt trotzdem mal unten rein verlinken, weil, ja, es hat seine Höhen und Tiefen, aber vielleicht ist es ja was für euch. Guckt es euch am besten mal an. Ich erzähle ein bisschen mehr jetzt im laufenden Video. Und, ja, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nichts mehr auf dem Gesicht drauf. Es ist nämlich Abend. Aber ich habe euch so ein bisschen durch den Tag mitgenommen. Ja, seid also gespannt. Wir haben es hier mit einer dicken Fäntenpaste zu tun, die auf Zink basiert. Zink kommt, glaube ich, ich weiß, dass es gerade nicht auswendig als erster oder zweiter Inhaltsstoff, schon ganz oben. Und die Geschichte ähnelt mir einer Art Make-up. Das Problem an der Sache ist, es gibt nur eine Farbe. Und die ganze Sache färbt halt schon ein bisschen ab, sodass du wirklich das Produkt eigentlich nur im Gesicht auftragen kannst. Zusätzlich riecht das Produkt nach Lavendel, aber eher unangenehm, finde ich. Es hat so einen leicht metallischen Geruch. Auf dem Produkt ist kein UVA-Schutz angegeben, was für mich ein schwieriger Standpunkt ist. Denn UVA-Schutz ist mir fast wichtiger als der UVB-Schutz, weil, ja, ich mich eben vor den Strahlen schützen möchte. Ich finde dieses Produkt aber in Kombination mit, ja, einer anderen Sonnencreme vielleicht gar nicht schlecht. Also mischen ist ja nie schlecht. Und, ja, wir probieren ja heute eine Öko-Sonnencreme, die nur aus Zinkoxid besteht. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wenn ihr was Falsches sagt, dann werde ich das jetzt einblenden. Und bei so mineralischen Sonnenschutzes immer das Problem, dass, das weiß nicht. Und ich habe bei dem eigentlich gedacht, das sei eine gute Idee, weil er eingefärbt ist. Ne? Aber da war mir die Konsistenz nicht bewusst. Folgendes Produkt habe ich von der Sarah geschenkt bekommen. Nochmals vielen, 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 vielen Dank. Das Produkt ist recht teuer und ist über Amazon zubekommen. Ich werde es euch mal unten als Affiliate-Link reinposten. Affiliate-Link bedeutet, dass, wenn ihr über den Link einkauft, egal was, bekomme ich eine kleine Provision. So, und das hier ist halt, die Pastel, die ist fest. Wie ihr seht, habe ich da schon meine Finger drin gehabt. Und das Produkt riecht recht stark. Jetzt nicht unbedingt unangenehm. Aber es riecht recht stark. Es hat einen SPF von 50, aber es hat keinen deklarierten UV-A-Schutz, was ich nicht so gut finde. Deklarierte UV-A-Schutz bedeutet, dieses A, müsst ihr mal euren Sonnenschutz angucken. Dieses A, was auf eurem Produkt drauf ist, das eingeklingelt wird, ist hier auf dem Produkt nicht zu finden. Die machen mit der Natürlichkeit des Produkts Werbung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber sie ist schon recht pastig und nicht recht einfach aufzutragen. Nichts, dass es so pastig ist. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, einen Sonnenschutz drunter. Ich habe es ja schon mal getragen gehabt. Weil mir das mit dem UV-A-Schutz, ich weiß, dass Zinkoxid auch einen UV-A-Schutz hat. Aber mir ist das trotzdem, weil ich das Produkt ja an sich nicht so kenne, ist mir das trotzdem ein bisschen suspekt, wenn ich ehrlich bin. Es ist wieder mal ein Produkt, was eben nachhaltig daherkommt, aber einfach schwierig ist. Und wo ich halt zu 100% verstehe, wenn Leute sagen, sie haben keinen Bock auf Sonnenschutz, das funktioniert nicht richtig. Dieses Produkt ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man es vernünftig auftragen kann. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ist das nicht haargenau mal eine Farbe? Das ist nochmal so ein Punkt. Das ist zwar eingefärbt, aber es gibt eben nur einen Farbton. Zusätzlich, ja, es ist eben nicht zu Leuten, die mal schnell Sonnenschutz auftragen. Das ist auch nichts. Und ich persönlich rate davon ab, das Produkt alleine zu tragen. Das ist ein guter Zusatz. Wir kennen von Marek, Dirty Beauty Talk, falls ihr das nicht kennt, kennen wir das Prinzip des Mischens. Da macht es wirklich Sinn, wenn ihr einen Sonnenschutz drunter habt und dann eben das drüber tragt. Why not? Aber Ja, also es ist nicht für jedermann was. Neben einem Farbton. Dann zeige ich nochmal. Es geht halt nicht für jeden. Und man sieht, ich habe schon eine ziemlich coole drin. Weil ich schon versuche da einigermaßen viel davon zu tragen. Es riecht halt wirklich so ein bisschen metallisch, finde ich. Es sind glaube ich sogar Duftstoffe enthalten, aber ich finde das weniger angenehm. Also vernünftige Menge von einem Gramm wirst du von diesem Produkt nicht auftragen können. Das geht nicht. Und ich werde, weil ich das einfach weiß, weil ich den ja schon mal getragen habe, jetzt auch nochmal als brutiges auftragen. Ich habe nur ein Mineral-Make-up. Aber warum nicht? Sind wir von dem Mineral-Make-up auch nochmal ein bisschen geschützt. Und ich zeige euch einfach gleich das Endprodukt. Man sieht diesen leicht gelblichen Unterton. Den sieht man einfach. Das ist halt auch für meinen Hautton nicht wirklich geeignet. Ich habe jetzt Pruder drüber gemacht, weil ich genau wusste, ich habe den schon mal drauf gehabt. Nicht genau wusste, der kriecht sich in alle Poren, die ich im Gesicht habe, kriegt er rein. Unterglaube ich im Laufe des Tages trotzdem immer noch. Und die Sache färbt. Im Gesicht ist es ja noch okay, aber er färbt halt einfach wahnsinnig ab. Das ist nicht gerade ideal, finde ich. An sich ist die Idee super ohne Plastik, ein natürliches Produkt, aber es ist halt echt schwierig zum Auftragen. Das will nicht in jener. Und zumal eben diese einzelne Farbton eben nicht für jedermann was ist. Also da wird es echt auch wieder schwierig. Ich melde mich mal zum späteren Zeitpunkt und wir werden die Sache am Abend auch mal zusammen abnehmen. Denn das fand ich beim ersten Mal war auch ein Problem. Willkommen in meinem Gesicht. Jetzt haben wir es gegen 12 Uhr. Und ich habe so ein bisschen ein komisches Gefühl auf der Haut. Also hier meine fertige Zone, die kommt natürlich schon wieder durch. Aber hier ist es halt schon bombenfest durch den Puder, den ich dann auch noch draufgepackt habe. Das ist schon klar. Das ist okay, würde ich sagen. Das ist okay. Bis jetzt. Also als zusätzliche Sonnencreme ist es eine gute Sache. Aber wie schon erwähnt, die Farbe wird halt nicht jedem so wirklich passen. Die passt ja mir auch nicht so hundertprozentig. Weil sie einfach einen zu gelblichen Ton hat. Ich schon wieder. Also ich finde, man sieht hier halt ganz deutlich den Farbunterschied. So. Hier hat es dann schon so ein bisschen abgedunkelt, dummerweise. Natürlich sollte man nicht Mineralpuder, der auch noch farbig ist, über die ganze Geschichte drüber machen. Das ist schon klar. Also da hat es dann schon auch noch ein bisschen gefärbt. Aber nach meinem ersten Versuch war es auch schon so, dass es recht stark abgedunkelt hat. Also es macht Sinn, da einen Puder drüber zu tragen, weil an den fettigen Stellen ist es halt fertig. Für Leute mit trockener Haut kann ich das nicht empfehlen, weil das doch so ein bisschen auch staubig auf der Haut ist. Also das trocknet schon so ein bisschen an, finde ich jetzt. Na, also es ist so recht, also wenn ich, also wenn ich mich im Spiegel nahe angucke, dann merke ich halt schon auch, dass da halt schon eine Menge an Produkt jetzt auf dem Gesicht liegt. Na, also wie gesagt, ich würde mich nicht alleine auf das Produkt an sich verlassen, denn die Regel, ein Gramm aufzutragen, zählt natürlich auch für was Natürliches. Auch wenn es Zinkoxid ist, ne? So, anderes Licht. So ein bisschen. Also man sieht jetzt gerade hier, da hat sich halt extrem viel abgesetzt. Das ist aber Abend, das ist normal. Jede Sonnencreme setzt sich auf irgendeine Art und Weise ab und Zinkoxid ist natürlich, ja, auch so, dass es sich absetzt. Ich bin positiv begeistert über die Wirkung, jetzt, ne, nicht die Wirkung, sondern über die Haltbarkeit, so gesagt, über den Tag hinweg. Beim ersten Mal war das schlimmer. Ich möchte an der Stelle aber trotzdem nochmal sagen, ich würde die, 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 die Paste, man kann es ja noch nicht mehr Creme nennen und nicht alleine auftragen. Steht zwar drauf, UVA, UVB-Schutz, nichtsdestotrotz, der Duft übrigens, weiß ich jetzt, soll Lavendel sein. Es erinnert an Lavendel, ja, definitiv, aber es riecht nicht wirklich angenehm. Und jetzt versuche ich, die Paste, und das war beim ersten Mal, vom Gesicht zu bekommen. Das mache ich mit Öl und das werden wir jetzt zusammen erledigen. Zum Abschminken verwende ich definitiv eben was Fettiges. Ich hätte noch nie Lotion, aber ich bleibe definitiv bei dem Öl. Und das reicht auch, wenn ich nur das Öl verwende. Und ich versuche wirklich, diesmal ordentlich zu arbeiten, denn beim ersten Mal, als ich die Paste aufgetragen habe, war nach der Reinigung dann das meiste im Handtuch drin. Und es färbt halt schon so ein bisschen. Also ich nehme da meistens immer acht Pumpstöße, drei wieder raus. Und ich muss damit weggehen. In der Regel tut es das auch, aber da der Hersteller ja auch auf Amazon, da habe ich es gelesen, auch beschrieben hat, dass das Produkt eben nicht ins Gesicht einzieht, sondern liegen bleibt, hat man eben so dieses Gefühl von so einer dicken, fetten Schicht. Ich fand es jetzt nicht negativ. Und wie gesagt, mit der Variante des Abpuderns funktioniert es meiner Meinung nach recht gut. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, wäre es mir eher gerade in dem Bereich hier so ein bisschen davon geflossen. Ich achte natürlich jetzt wirklich darauf, dass ich das auch runterkriege. Nicht so wie beim ersten Mal. So, dieses Mal habe ich es besser runterbekommen. Im Allgemeinen finde ich, es ist ein okayes Produkt. Es ist allerdings schwierig in sämtlicher Hinsicht. Ich würde mich nicht alleine auf das Produkt ja, verlassen wollen wegen dem UVA-Schutz, weil ich einfach nicht weiß, wie genau ich das auftragen kann. Von der Farbe her ist es halt auch ein bisschen schwierig, weil es nur eine Farbe gibt. Vielleicht ist das ein Hinweis für den Hersteller, da wirklich ein paar Farben rauszubringen. Weil nur dann macht es eben auch wirklich Sinn. Mir, selbst mir ist die Farbe dicken, zu gelblich und sie dunkelt halt auch ein bisschen nach. Das ist dann auch so eine Sache. Ansonsten ist es eine coole Idee, weil gerade so mineralische Sonnenfilter, die weißeln halt wie Sau und die musst du halt einfach einfärben. Es geht nicht anders. Den Geruch finde ich ein bisschen seltsam und 20 Euro ist natürlich nur so zum Ausprobieren ein bisschen teuer. Da würde ich vielleicht es irgendwie Sinn machen da auch irgendwie eine Probegröße rauszubringen. Ja, kennt ihr das Produkt? Schreibt mir gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlassen einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!